und Schauspieler. In Saarbrücken hat er als Ensemble-Mitglied das Theaterpublikum jahrelang begeistert. Und das tut er auch jetzt wieder in der Fledermaus. Er ist die ideale Besetzung in Johann Strauß' Operette. Hier kann er sich so richtig austoben und sich lautstark zu Wort melden. Sven Rech. Ruhe! Ruhe! Er ist wieder da. Ruhe! Unverkennbar. Ruhe! Eine Kritikerin von der Saarbrücker Zeitung hat mich eine Zeit lang als den Brüller von Saarbrücken bezeichnet. Ruhe! Sie, Herr Gefangener von Nummer 12, ja? Sie sind ja nicht in der Oper! Nein, wir sind in der Operette. Und Martin Leutgeb spielt in Frosch. Der besoffene Gefängniswärter Frosch ist eine der berühmtesten Nebenrollen der Theatergeschichte. Und Martin Leutgeb freut sich sichtlich, sie zu haben. Der Frosch. Also an den Theatern, wo ich dann immer war, habe ich schon immer geguckt, wer spielt den Frosch nicht, als dass ich das spielen hätte wollen. Damals war ich auch noch zu jung und ich glaube, ich könnte den Frosch noch in 20 Jahren gut spielen. Aber da habe ich immer geguckt und da wusste ich immer, ach, der spielt das, oh cool. Der ist ein toller Schauspieler, ein super Komödiant und so. Und jetzt hier in Saarbrücken ist die Reihe an mir, also dass ich jetzt da irgendwie den Frosch spielen darf. Aber mitspielen darf der Frosch erst im dritten Akt. Die ganzen Walzer finden ohne ihn statt. Zeit genug für den Gastschauspieler, seine Wäsche zu waschen und über die vergangenen Jahre nachzudenken. Von 1999 bis 2005 war Martin Leutgeb in Saarbrücken engagiert. Unter anderem spielten Waschmaschinen dabei eine Rolle. In Zettels Sommernachtstraum war Leutgeb sogar kurzzeitig Ballettmitglied. Viele Erinnerungen sind damit verbunden, nicht nur alle Muskelkater. Derzeit ist mein Vater gestorben. Und wenn ich hier, wenn ich hier bin am Theater oder Leute sehe, ist mir das auch sehr präsent. Diese Zeit der Trauer und des Aufarbeitens, und ja, das würde ich ja sonst zu Hause machen, aber dadurch wurde einfach Saarbrücken auch mein Zuhause. In unzähligen Rollen stand Martin Leutgeb in Saarbrücken auf der Bühne. Er schrieb ein Stück für Kinder und gründete das Musical-Projekt in Neunkirchen, zog weiter nach Stuttgart und macht jetzt Film und Fernsehen in Österreich. Es war mir zuletzt lang. Und darum wird es jetzt Zeit, dass der dritte Akt beginnt. Auf der Operettenbühne hat sich der ganze Rest des Fledermaus-Ensembles bereits in Champagner-Laune gesungen. Die Schnapsnase von Frosch dagegen wird in der Maske aufgemalt. Martin Leutgeb muss sich anders auf Touren bringen. Fotos machen mit den Kollegen. Wer so viel unterwegs ist wie Martin Leutgeb muss solche Momente festhalten. Für später. Für die eigene Homepage. Dort steht auch ein Satz vom berühmten Harald Schmidt. Martin Leutgeb schreibt, er sei eine begnadete Rampensau. Das sind die Dame, die ich später baden werde. Nicht da. Ja, ich sehe sie ja auf der Bühne. Eine Rampensau nennt man am Theater jemanden, der alle anderen an die Wand spielt. Martin Leutgeb spielt noch an der Wand, alle anderen an die Wand. Gut, ich behaupte jetzt nicht unbedingt von mir, dass ich eine Rampensau bin. Wobei ich das aber bin. Ein mozärtlicher Elefant. So hat mal jemand den Großschauspieler Heinrich George genannt. Martin Leutgeb ist sicher auch so ein Theater-Urviech. Ich habe auch vorher sehr viel Straßentheater gespielt und da musste man die Plätze füllen. Was aber auch im Theater ganz gut kommt, wenn man dann verstanden wird, auch in der letzten Reihe. Also, der Brüller von Saarbrücken. Er ist wieder da. Martin Leutgeb. Bis Mitte April als Frosch in der Fledermaus.